Hi Leute, Sebastian Sturm und Exile Airline grüßen euch aus dem sonnigen Frankreich. Wir sind gerade auf Tournee und ich wollte noch schnell Bescheid sagen. Wir kommen bald wieder nach Österreich in eure Stadt Wels am 31. Oktober in den Schlachthof. Wir spielen dort auf der iRevibes Party, so nennt sich das Ganze, mit Chalamanda, HiFi, Soundsystem und Soldier. Also nicht vergessen, 31. Oktober in Österreich. Sebastian Sturm und Exile Airline, Kopf vorbei. Yeah! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020